Another try. Wie sagt man so schön? Alle gute Dinge sind drei. Den Bereich sichern. Die Bomben weiterschützen. Oberfläche gesichert. Es bleiben noch zehn Sekunden. Nur noch fünf Sekunden. Die Appellate ist an. Überwachung der Bomben verstärkt. Der Gegner hat einen Entschärfer. Nachladen. Die Körle ist im Einsatz. Wechsle Magazine. Katzen Mehrwert als Worte. Wir sind geschützt. Ich lade jetzt nach! Tür gesichert. Tür gesichert. Tür gesichert. Wechselmagazine! Schauen wir mal wieder alle... alles ist zu Naja, sind ein bisschen alle hier Nein, ich habe bis jetzt keinen Gegner gesehen in dieser Zone Fuck, da war eigentlich trotzdem eine Claims hoch? Hä? Seit wann sieht man die rote Striche am Boden nicht mehr? Alter Ich bin gelöscht Ich bin gelöscht Den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. Den Bereich sichern, den Bereich sichern, die Bomben weiter schützen. 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 Tatsächlich wieder eine Claymore. Soll ich raus? Soll ich raus? Was? 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 ein coca-cola ein coca-cola ein coca-cola magisch sogar na 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 mhm 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 die bomben sichern mhm hmhm die Gegner haben eine Bombe lokalisiert die Verteidigung entsprechen klar das wurde staziert Quanten Ja, jemand aufmachen? Okay. Was? Digga! Wer weiß es? Digga, wurde es ja auch von Ace geholt. Digga, der hat mich... Digga, der hat... Digga, ich war an komplett random Ort, der... Nee, ich sag nichts dazu, Digga. Digga, was macht der Bandit? Was machen die... Digga, was... Digga, der Bandit! Ja, nee, hast du gesehen, was er Bandit? Digga, check nicht, dass sie blenden. Das ist dem egal. Oh! Mission bescheitert. Eigener Operator gefallen. Ich möchte keinen sagen, wir holen das jetzt noch. Irgendwie. Ja, wir sehen uns einfach mal. Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren. Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert. 10 Sekunden, noch 5 Sekunden, Bombe gefunden, gelangt zu ihrer Position und entschärft sie. Loll, die haben wir noch nicht verstärkt. Wechsel im Magazine! Mache den Weg frei. Talon, 8 in Position. Selma Sequenz wird aktiviert. Drohne bereit! Scheiße! Bogen im Einsatz! Ich lade nach. Durchbruch mit Selma! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Lade nach! Zugang! Der Verstöck. Der Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich Man muss ja nur ein bisschen aggressiver hinter die Sache und dann geht das schon Ich habe ja die Tür gehalten Ja, aber ich gehe sicher nicht aufheben, wenn ich die Tor halte, dann kann der hinter mir gehen Ja, aber es macht ja keinen Sinn, wenn er von meinem Rücken her abhebt, weil dann schießt er mir zu 90% in den Rücken, wenn er schießt Wir müssen eine Bombe aufspüren Also ich hätte spätestens, wenn der von euch, der geflankt hat, verreckt wäre, wäre ich ja sowieso zurückgegangen Die Drohne hat eine Bombe lokalisiert Ja Außerdem hat er ihm ja aufgeholfen nachher Ja Was hast du? Ja Ah lol Zehn Sekunden Einsatz in fünf Sekunden Bombe gefunden, gelangt zu ihrer Position und entschärft sie Die Drohne bei Rats Die Drohne bei Rats Lern im Garten Bauch Nimm Wollt 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 Was ist das? Was? Was? Was war das? Hä? Was? Und? Ach, Digga, da ist ja auch noch auf, Digga. Für das kenne ich die Map so schlecht, da wusste ich nicht mal, dass es da noch eine Warn hat. Weil Digga, die wären da beide so gestanden, Digga. Was ist das? 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 Der Mate hat uns markiert, dass wir in der Mitte sind. Noch fünf Sekunden. Rück zur Bombe vor und entschärft sie. Aktiviere Drohne. Aktiviere Drohne. Ich wechsle das Magazin. Streusprengsatz eingesetzt. Was ist das? Oh! Du. Was ist das? Oh! Du. Ich habe noch einen IT, ich glaube ich. guck nicht auf das aim guck nicht auf das aim guck nicht auf das aim ich hatte die falsche waffe in der hand weißt du das ding ist halt einfach das ist immer so belastend wenn ich wenn ich mit dieser waffe spiele manchmal halt manchmal manchmal halte ich den recall richtig krass mit der waffe um manchmal dann gibt es nur so eine banane mit der also weil das ding ist halt bei der ich check das nie wenn ich wenn ich recht nach rechts laufe dann zieht die nach links oben und wenn ich mit wenn ich mit der macht gerade steht dann zieht ihn ab gerade nach oben und wenn ich dann nach rechts läuft lauf und die nach unten drücke dann zieht die irgendwie eine banane nach links unten und dann nach rechts oben aber sie ist tot ich verstehe die wand die gegner haben eine bombe lokalisiert ja ich habe sie gerade gesehen ich packe die wieder hier oben hin ich bin drin das sind mehrwert antworten Stark, Bruder Bitteschön Das ist halt die OP-Variante von Welk Boah, Digga Heiner wird von der Seite noch kommen Oder sollte von da nicht Scheiße Wechsel der Magazin Ich guck links, du rechts, okay? Ah, fuck Scheiße Der war im Türrahmen, rechts Das war stark gespielt, Bruder Aber stark gespielt Ja, du hättest vielleicht nicht peaken Morgen Boah Er hat ja gut getroffen Egal, aber die sind nicht besser Das können wir gereißen Das können wir holen Das können wir holen Ihr müsst eure Drohne verwenden, um eine Bombe aufzuspüren Achtung, eure Drohne hat eine Bombe lokalisiert Die haben nichts zu holen Das ist natürlich nicht lustig Gelangst zu der Bombe und entschärft sie Haltet nach anderen Ausschau Alter Alter, das war der Todesfight meines Lebens Ah FGF, Ratero unterwegs Gleich macht's Bum Mach eine Spritztour Luftteam platziert Ratero befestigt Ratero Drohne wird gestrickt Drohne wird gestrickt Pfff Bucht euch, ich hab gerade Todesangst bekommen Springstatt unterwegs Achso, von linken Raum Gehen wir hoch Das geht gleich hoch Das geht gleich hoch Gerät in Position Ratero im Einsatz Abstand halten Sag, wenn's safe ist Ich halte hier unten noch kurz Von oben Spitzkarten Spitzer Karate unterwegs Ich aktiviere den Reaktor. Könnt ihr planten? Wenn es das ist, was ihr wollt. Mein Gerät ist bereit. Zeit für eine neue Tür zum Sprengen. Magazin wechselt. Zeit für etwas Krach. 15 Sekunden. Rein da. 10 Sekunden übrig. Es bleiben noch 5 Sekunden. Noch ein Gegner übrig. Ich bin auch einfach reingerannt, dass die abgelenkt sind. Ich bin einfach reingerannt. Ich bin einfach reingerannt in den Raum. Ich bin einfach reingerannt. Jetzt. Und jetzt einfach zuhalten. Wir verbarrikadieren uns da drin. Ich bin jetzt ok. Entweder nehme ich trotzdem Mossy, weil ich das beste Aim mit dem habe. Oder ich spiele Smoke. Aber Smoke kann ich halt nicht spielen. Nein, da hätte ich halt nur wegen den Nades mitgenommen. Oder ich könnte eine Frost mitnehmen. Dabei. Ne, komm. Die Bomben-Schütze. Super. Hab eine Drohne für uns. Ich hab eine Drohne. Ich mach die wieder so rein wie vorhin. Ich mach die wieder so rein wie vorhin. 10 Sekunden. 5 Sekunden. Bombenstandort sicher. Abwehrmittel eingesetzt. Benshee bereit. Schlau. Ja. Nachladen! Stacheldraht wird ausgelegt. Ich hätte mich ausgedrungen. Ich habe mich vorhin in der Garage Ticke. Ich habe es nicht aufgedrungen. Ich habe es gut. Ich kann mich jetzt mal. Ich habe es nicht aufgerufen. Ich habe es nicht aufgerufen. Ich habe es aber nicht für mich. Ich habe es. Ich habe das unter anderem. Die Gegner haben eine Bombe lokalisiert. Ihr wisst, was betont ist. Ich glaube, ich habe einen Diffuser. Ich glaube, ich habe einen Diffuser. Ich habe einen Diffuser. Ich habe einen Diffuser. Ich habe einen Diffuser. C4, fertig! Scheiße, mein C4 liegt so scheiße. Das Zeitlimit ist erreicht. Let's go! Let's go!